Untertitelung des ZDF, 2020 Sie bringt Essen vorbei. Bei dem Regen? Ein gutes Mädchen. Wir sehen uns morgen, Luigi. Klar. Damals hat der Boss mit Perpone gearbeitet. Und wir wurden gerufen, um jemanden auszuknipsen. Einen... Danke fürs Warten, Tom. Der Don und ich sind nochmal über die Zahlen gegangen. Klar. Was ist der Job? Ich möchte, dass du Sam und Pauly bei einer Lieferung heute Nacht hilfst. Das gute Zeug. Direkt aus Kanada. Wo werde ich gebraucht? Sam ist unterwegs auf einer Farm zu unseren Freunden aus dem Norden. Pauly überwacht die Trucks, die die Lieferung in die Stadt bringen. Aber ich will, dass du ihn begleitest. Ein zweites Paar Augen, damit alles glatt läuft. Okay. Hol ein Auto von Ralphie und triff Pauly am Lager. Er hat Kanonen, falls es Ärger gibt. Klar, Frank. Kein Problem. Gut. Dann bring das kanadische Gold sicher heim. Eine Kiste ist für den Don reserviert. Der Wagen gehört dir, wenn du willst, Tommy. Danke, Ralph. Danke, Ralph. Und dann kommt der Ruhe anzünderfahrt auf die Rate. Das war mehr Überzeugung in die Stadt,UR-Lager, und dann in den Nachstunden. Ein weiterer Anzünderfahrtometer wurde neuer die Whiteharba courte, der es schaffnet, der Fahrt hochkript auf der Ease Marshal-Britfläche und zur Unterricht. Der Polizkopf tutt wie immer, als sie können. Aber jetzt haben sie bei Ihnen gezwungen, dass die Leute nicht waren, seh die Reise ist sicherlich notwendig. The roads are treacherous, ladies and gentlemen, so however a good driver you may be, it's just not worth the risk to you or anyone else. It would seem the best thing to do on a night like this is to stay at home with your loved ones and keep warm and dry. I know where I'd rather be on a night like this. In addition to the problems we've been hearing of on the road, air traffic in and out of the city has been suspended by order of the Aviation Authority. All scheduled flights departing Lost Heaven International have been grounded, and those scheduled to arrive into that airport have been canceled or diverted elsewhere. Now, as bad as that may sound, the latest report from the Weather Service that I've just been handed states that although the rain is heavy at this moment, and that all warnings should be heated, the storm isn't expected to last all that long. Certainly, it doesn't seem like it will be anything like the big one of 1927. High winds are pushing the storm over us at quite a rate. We will, of course, keep you informed with news on the hour. But before I return you to our musical programming, let me reiterate that the Lost Heaven Police is against motor travel and waiting out this dreadful storm in the warmth of the home. That's all for now. Some music will be along shortly, and I'll be back to check in with you later. Thank you for listening. 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 Thank you. Zieh nicht gleich den Schwanz an, mein Freund. Der wollte wahrscheinlich nur raus aus dem Regen. Oder in die Brennerei. Das weckt ihn auf. Er kommt nicht. Okay. Dann suchen wir ihn. Wenn dieser Mistkerl besoffen ist und ich deshalb meinen neuen Anzug grüniere, dann bringe ich ihn um. Hier, falls Frank recht hatte. Ich hole die Jungs und kümmer mich um sie. Du gehst vor und schaust dich um. Wir kommen nach. Jemand hat heute hier gewartet. Kennst du die Farm? Ja, ja. Es gab hier schon jede Menge Übergaben. Keine Sorge. Die Jungs beladen die Trucks und wir kommen direkt zurück. Ja, machen wir schnell. Ich muss noch wohin. Ah, triffst du Sarah später. Nachtschicht mit Luigi-Slamm-Mädchen. Du bist lustig. Beschützt erst ihre Jungfräulichkeit und schnappst sie dir dann. Lass es, Pauli. Ach, komm schon. Ist nur Spaß. Sie ist in Ordnung. Ihr heiratet und sie rückt dir dann den Kopf zurecht. Auf mich wartet nur eine Couch. Was sie wohl für Geschichten über ihren Paps zu erzählen hat. Luigi war mal ein Eiskutter-Killer. Keine Ahnung. Weißt du, dass sie schon als Mädchen hinter der Bar geholfen hat? Hat bestimmt schon einiges gehört. Weiß sicher mehr über das Geschäft als wir beide. Sie weiß genug, um ihr nicht so viele Fragen zu stellen. Das ist gut. Dann stehst du nie als Lügner da. Mann, du solltest sie heiraten. Verdammt. Sim sollte hier warten, aber ich sehe ihn nicht. Irgendwas stimmt nicht. Zieh nicht gleich den Schwanz ein, mein Freund. Er wollte wahrscheinlich nur raus aus dem Regen. Oder in die Brennerei. Das weckt ihn auf. Er kommt nicht. Okay. Dann suchen wir ihn. Wenn dieser Mistkerl besoffen ist und ich deshalb meinen neuen Anzug grüniere, dann bringe ich ihn um. Hier. Falls Frank recht hatte. Ich hole die Jungs und kümmer mich um sie. Du gehst vor und schaust dich um. Wir kommen nach. Jemand hat heute hier gewartet. Der Typ, der sich drum kümmern soll, tut nicht mal so, als würde er es tun. Wer erschießt in einen Norden? Hier stimmt was nicht. Verwahrlost hier. Wo zur Hölle versteckst du dich? Hey, Kumpel! Oh Gott! Buffett fallen lassen! Du zuerst! Wir haben keine Zeit dafür. Tut mir leid. Dann eben auf die Hafentur. Also gut! Hierher! Ich hab ihn festgenagelt! Wo gehst heute drauf? Hier ausgerufen wurde ich nicht sehen kann. Ich merke das. Ich bin nicht wahr. Ich bin nicht mehr. Nichts hier fühlt sich richtig an. Das war eine Falle. Hier nicht. Der arme Kerl hat noch länger gelebt. Ja! Ich bin's, Tom! Pauli! Warum dauert das so lange? Wir haben Sammy gesucht. Hast du ihn gefunden? Noch nicht. Nur den. Kanadier. Ich wette, der Rest liegt auch mit dem Gesicht nach unten im Matsch. Oh Gott! Das sind Cops, Tommy. Wie sollte ich das wissen? Hab keine Marke gesehen. Hab nichts gesagt. Ich steh'n auf Morellos Gehaltsliste. Der Bastard. Nicht mehr das konnte er uns lassen. Vergiss es, Tom. Wir müssen Sam finden und verschwinden. Diese Kerle sind verdammt hart. Mist. Das müssen Cops von der Grenzkontrolle sein. Mist. Die sind schwer bewaffnet. Dagegen sind die vom Lost Heaven PD Pazifisten. Gut. Wir durchsuchen die Farm, wir finden Sam und verschwinden. Noch jemand? Wir legen sie um. Kapiert? Alle in den Hinterkopf geschossen. Waren bestimmt aufgereiht. Arme Kerle. Überprüft alle Gebäude. Das ist ein Schmerz. Das ist ein Schmerz. Das ist ein Schmerz. Das ist ein Schmerz. Ja, die Grenzpolizisten machen Morellos Drecksarbeit. Hey, da oben in der Schorne ist was, Tom. Oh, ich will nicht. Oh, bitte. Mist. Jetzt! Knazi! Asch! Das ist Sam! Kommt schon Leute, weiter! Kommt noch mehr vor dem! Kommt noch mehr, weiter! Was ist das für mich? Was ist das? Ich bring dich auf! Hey, gib mir weg auf! Gott sei Dank! Wir müssen zu ihm! Ihr bleibt hier und passt auf. Knipst jeden aus, der uns zu nahe kommt. Außer uns. Hey, Pauly! Sammy! Oh Gott, was haben sie mit dir gemacht? Hab was abbekommen. Oh Mann, da ist so viel Blut! Kannst du laufen? Nein! Nein, ich denke nicht! Okay, 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 okay. Haltet los. Ich hol den Truck. Dann gehen wir zum Arzt. Hey, hey! Du schaffst es, Sam. Tommy! Bleib bei ihm! Ich komm zurück! Blitzschnell! Okay. Scheiß! Hey. Hey, alles wird gut, Sam. Wir haben Schlimmeres geschafft. Klar. Klar. Wo sind all die Kerle hergekommen? Ich hab ihn nicht mehr. Sie hat ihn! Gott. Ein welch ist nach Ort zum Sterben. Ich habe ihn! Ich habe ihn hier. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Scheiße, da sind Bullen! Scheiße, da sind Sie? Das war's für heute. Schießt! Die Brache! Die Brache! Die Brache! Die Brache! Die Brache! Oh Gott! Tony und Donnie auch? Ja! Gottverdammtes Massaker! Wie geht's Sam? Na ja, halbwegs stabil. Ich hol ihn! Erf Wasser! Komm, Lumpel! Es geht nach Hause! Ich brauch den Arzt, Pauli! Ja, ich weiß nicht, Jenny! Halt ruhig! Okay. Okay, okay. Wir bringen dich wieder zusammen. Okay. Pauli! Noch mehr Gesellschaft! Okay. Randa! Ich bin hier, Seth! Munition und Thompson sind da hinten irgendwo! Wenn sie hinter uns sind, verpasst du ihnen eine Ladung! Lass die F***! Muss nicht an uns vorbei! Das ist ein Mörder-Ding! Wo zur Hölle kommt der Truck her?! Das ist ein Mörder-Ding! Knallt die Abkommen! Los geht's ihm! Gute Nacht, Arschloch! Ja! Er ist tot! Du hast sie! Weiter, Tommy! Sie kriegen Verstärkung! den Flute! Möchte! Ich habe sie abgehängt! Und wir kriegen Verstärkung! Sie sind zu nah, Tom! Du hast sie! Weiter, Tommy! Wir kriegen erneut auf! Schlimmer noch! Beschuss von der Weiße! Ah, verdammt! Sie sind dicht hinter uns! Sie sind zu nah, Tom! Ihr Truck kriegt viel zu viel ab! Möchtet ihr das? Besser! Haha! Scheiße! Sir, alles okay? Das ist in der Weiße, Tom! Ah! Geh rück! Pauli, wir müssen hier weg! Das bringt uns gleich! Pauli, da ist! Ich kann auch was raus! Lege Geschützler ab, wenn das Feuer kurz stopft! Jetzt! Schieß endlich! Schieß jetzt! Das ist unsere Haus! Ziel auf die gepackterte Frontscheibe! Ich hab ne Idee! Armin! Die Frontscheibe! Noch einer! Wirf noch mal! Pauli, los! Häng sie ab! Geschafft! 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 Okay, wir sind da! Tom, du trägst Sam raus! Ich weck den Dock! Sam! Sam! Geschafft! Wir sind jetzt beim Arzt! Ich schulde dir schon drei! Pauli! Pauli! Danke. Okay. Ich bleib bei Sam. Bring den Truck zurück. Mach Feierabend. Nein, ich warte. Der Doc hat schon genug um die Ohren. Da müssen nicht auch noch wir beide rumschwimmen. Geht, Tom. Ich schaff das. Ja. Ja. Okay. Hey, du hast dich gut geschlafen. Ich schaff das. Das war das Präsident der Press. Delivered earlier this year on the topic of the National Recovery Administration. This is part of our series looking back over the President's plans and results since his inauguration. While we are making this great common effort, there should be no discord and no dispute. This is no time to cavil or to question the standards set by this universal agreement. It is time for patience and understanding and cooperation. The workers of this country have rights under this law which cannot be taken from them and nobody will be permitted to whittle them away. But, on the other hand, no aggression is now necessary to attain those rights. The whole country will be united to get them for you. The whole country will be united to get them for you. The principle that applies to the employers applies to the workers as well. And I ask you workers to cooperate in the same spirit. When Andrew Jackson, old Hickory died, someone asked, will he go to heaven? The answer was, he will if he wants to. The essence of the plan is a universal limitation of hours of work per week. In each individual, he said he wrote about a short period of time. The fact that he followed his examination of his mouth is asem by his mouth. Theší-drafts must be given to the men's work. The core-drafts must be taken down, too. The most noble things must be taken from the men's work. The first anden-unkenness must be taken from the men's work, Untertitelung des ZDF, 2020 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 Arbeit Arbeit Heirate mich Okay Okay